Und die vorerst letzte gemeldete Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt ist Rebecca Kirchbaumer von der ÖVP. Frau Präsidentin, werte Frau Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause und hier bei uns auf der Galerie. Die Schulen waren nicht geschlossen und es war auch eine tatsächliche Berichtigung von unserem Unterrichtssprecher Herrn Taschner. Und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, es wurden alle Kinder betreut, die eine Betreuung gebraucht haben. Die bisher geltende Sonderbetreuungszeit wurde von über 25.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Anspruch genommen. 3.800 Unternehmen haben bisher fast 4.400 Anträge gestellt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den österreichischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die dies in Anspruch genommen haben und auch gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das geschafft haben, dieses Angebot anzunehmen. Es braucht keinen Rechtsanspruch darauf, weil wir sind in einer Gesellschaft, wo wir miteinander reden können und wo eine Gemeinschaft zur Lösung herbeigeführt werden kann. Also noch einmal, wir machen das gemeinsam und sprechen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und es hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es so gut auch funktioniert. Einen ständigen Zwist zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer hineinzubringen, ist unseriös aus meiner Sicht und auch nicht allzu zielführend für eine funktionierende Arbeitswelt. Interessant ist für mich die Forderung der ÖVP, einerseits regen Sie sich darüber auf, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gar nicht bzw. eine Übertreibung bzw. eine Panikmache ist. Meine Damen und Herren, das ist nicht so, die Zahlen weltweit sagen und sprechen eine ganz andere Sprache. Daraus kann ich nur resultieren, dass Sie, Sie wollen eine verpflichtende Sonderpflegeurlaub, also dieser Zick-Zack-Kurs ist für mich sehr unverständlich. Bei der SPÖ kann ich aus Ihrer Sicht, aus der Gewerkschaftssicht natürlich verstehen, dass Sie das haben wollen, aber zur Zeit der Pandemie ist das mit Sicherheit nicht die Zeit und absolut fehl am Platz. Unternehmerinnen und Unternehmen tragen die Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen Arbeitsplätze in Österreich und wollen diese auch weiterhin erhalten. Nicht nur die Kurzarbeit, sondern auch dieses Modell der freiwilligen Sonderbetreuungszeit hat sich bewährt und darum werden wir auch heute diese Verlängerung bis Ende Februar 2021 beschließen, was richtig und wichtig ist. Ich bedanke mich recht herzlich an dieser Stelle bei unserer Bundesministerin Christine Aschbacher für die gute Zusammenarbeit mit ihrem Kabinett. Ich glaube, dass wir hier richtig und richtig sind. Abschließend möchte ich sagen, es sind alle Existenzen bedroht in Österreich, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitgeberinnen. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Krise gemeinsam bestehen und bewältigen. Bleiben Sie gesund!